Hi, ich bin Jeremy. Ich liebe es Dinge zu fotografieren und diese zu einer Geschichte zusammenzusetzen. Nachts filme ich für Größen wie Lechak, The Bad Shakers und viele weitere. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und was ich tagsüber mache? Sitz selbst. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es.